Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Hier im Hintergrund seht ihr den sogenannten Split View Modus, beziehungsweise in deutsch heißt der geteilter Pilger Modus von macOS. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Der Split View Modus lässt sich auf zwei Arten aktivieren. Im Prinzip ist es so, dass die Applikationen, die Programme das unterstützen müssen. Natürlich die Apple Produkte, die Apple Software macht das auf jeden Fall. Ich habe hier zwei Safari Fenster, eines hier auf der rechten Seite und eines hier auf der linken Seite. Um den Split View Modus zu aktivieren, klicken wir auf das grüne Feld. Da sieht man zwar so kleine Pfeilchen, die sind für den Vollbild Modus, aber wir klicken nicht nur drauf, sondern wir halten das. Wir tippen drauf und halten das. Dann erscheint hier im Hintergrund so eine blaue Fläche, rechts oder links, je nachdem, wo ich es haben will. Und dort, wo ich dieses Fenster jetzt ablege und dann den grünen Knopf loslasse, wird schon mal die erste Hälfte definiert. Nun kann ich ein Fenster auf der anderen Seite auswählen. Da sieht es einen blauen Rahmen, das ist das Fenster, was ich jetzt aktiv habe. Und wenn ich da jetzt draufklicke, wird dieses Fenster zum zweiten Teil dieses Split View Modus. Ich kann jetzt natürlich die ganze Seite verschieben. Also das Ganze gilt jetzt als eine Gesamtseite. Man kann hier auch rauf fahren. Da seht ihr hier, dass wir einen zweiten Bildschirm haben, eben mit diesen zwei geteilten Bildern. Wenn ihr hier wieder raus wollt, einfach Escape drücken oder bei den einzelnen Fenstern hier wieder auf dieses grüne Feld gehen, wegklicken und das ausgewählte Fenster ist nun wieder ein normales frei fliegendes Fenster. Das andere ist noch als ganz eigener Bildschirm da. Da muss ich da wieder hingehen und mache auch dieses hier mit diesem grünen Button oder einfach nur mit Escape. Ich drücke jetzt mal auf Escape zu einem normalen Fenster. Das ist mal Variante 1. Die zweite Variante ist, dass man das Ganze direkt über die Schreibtische macht. Also ich nehme hier dieses Bild, ziehe es da rauf und mache einen neuen Bildschirm auf. Und nehme hier gleich das zweite und ziehe es ebenfalls hier auf den Bildschirm. Und da seht ihr, er teilt es gleich und ich kann aussuchen, ob ich das links oder rechts haben will. Also ich mache es jetzt zum Beispiel links, lasse los und habe dann hier einen neuen Bildschirm mit den geteilten Fenstern. Ein Klick ist da drauf und dann ist das Bild auch schon so da, wie ich es in der kleinen Vorschau gesehen habe. Normaler Schreibtisch und mein Schreibtisch mit den Split View Screens, die ich eingerichtet habe. Wieder raus, hier drauf drücken. Da wieder dieses Fenster holen und hier mit Escape auch raus. Und schon sind die beiden Fenster wieder frei fliegend, wie ich es gewohnt bin. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Würde mich über Feedback und Kommentare freuen. Wenn ihr Fragen habt, einfach hier unten rein. Ich werde versuchen, das dann entsprechend aufzuarbeiten. Danke für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.